Wir stellen hier eine CNC-Fräsmaschine aus bei unserer Vertretung Firma DATRON Technology aus der Slowakei. Sie macht auch die Vertretung hier in der Tscheche für die Firma DATRON aus Deutschland. Wir stellen eine CNC-Highspeed-Fräsmaschine aus mit einer Spannfläche von 1000 x 700 mm und einer Z-Verfahrhöhe von 200 mm. Wir haben eine hochdrehende Spindel in der Maschine eingebaut, um sehr schnell Nicht-Eisenmetalle zu zerspannen, das heißt Aluminium, Kunststoffe, Messing zum Beispiel, auch Verbundwerkstoffe, Grafit. Das ist ein Material, das man sehr gut zersparen kann auf unseren Maschinen. Des Weiteren stellen wir auch Werkzeuge aus, die wir auch selbst produzieren in Deutschland, speziell für die hochdrehenden Spindeln und für diese kleinen Detailbearbeitungen. Des Weiteren wird noch eine Dosiermaschine ausgestellt. Wir sind auch in dem Bereich Dosieren tätig, das heißt wir können Dichtungen, Schäume, können wir auch Gehäuse zum Beispiel auftragen und das sehr sehr hoch genau dosieren, um irgendwelche Verbindungen zu verkleben oder dann irgendwelche Deckel einzudichten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017